und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück auf diesen kanal mit einem neuen projekt die lands heißt es ist vorgestern rausgekommen auf steam für pc es gab es schon glaube ich länger für playstation 4 und wir starten jetzt erst mal ein neues spiel spiel das ganze mit xbox controller hatte mir das mal schon mal kurz angeguckt ist komplett auf deutsch und deswegen müsst ihr das auch verstehen ja Untertitelung des ZDF, 2020 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 Gut gemeint, jetzt muss ich nur noch warten, bis die Bäume wachsen, um mehr Samen zu bekommen, das ist super schön. So, jetzt haben wir das geklärt, jetzt muss ich die wahrscheinlich wieder ansprechen. Ich habe die Samen gepflanzt, jetzt muss ich nur warten, bis sie geerntet werden können. Gut gemacht, viele landwirtschaftliche Erzeugnisse sind essbar und helfen dir, keinen Hunger zu leiden. Sieht eigentlich aus mit unserem Hunger. Nun, ich möchte lernen, wie man Dinge herstellt. Natürlich, in dem Fall wäre es gut, wenn du einen eigenen Hammer hättest. Er ist auch nützlich, um Steine zu brechen. Ich erkläre dir, wie es geht. Also los, ich folge deiner Anleitung. Ein Hammer, Rezept, stelle ein Hammer her. Das heißt, wir müssen hier wieder ans Zelt. Farben hier, wo der den Stein und das Holzzeugs her hat. Jetzt können wir hier, glaube ich, wechseln, genau. Und dann können wir hier Sachen zerkleinern. Und können anfangen, Steine zu farmen. Sehr schön. So. Ah, Minerei im Gestein gefunden. Das ist also da oben diese blaue Scherbe. So, ich kann noch nichts bauen. Noch nicht. Ah, jetzt habe ich schon wieder zu schnell geguckt. Jedenfalls, wahrscheinlich stand da jetzt, jetzt habe ich einen Hammer. Gut gemacht. Mit der Zeit wirst du immer besser darin, gebildet zu bauen. Gebildet. Schau, ich zeige dir, wie man ein Lagerfeuer baut. Es ist ganz einfach. Ein Lagerfeuer. Okay. Aber ich habe nicht genug Holz. Das stimmt. Ich habe auch kein Holz mehr für dich. Achso, die hat mir das gegeben. Okay. Es sieht aus, als müssten wir einfach ein paar Bäume fällen. Na dann los. Dann brauchen wir nochmal eine Axt. Dann müssen wir eine Axt bauen. Eine Axt hier. Da ist die Axt. So, jetzt kann ich hier wieder wechseln. Ah, und kann hier die Pinien. Aber die muss ich glaube ich erstmal einsammeln, damit wir die neu anpflanzen können. Weil jeder Forstwirt weiß, wenn ich etwas abhacke, muss ich es auch nachpflanzen. So, jetzt hacken wir hier nochmal den Baum klein. Und haben zweimal Holz. Was macht dieses Ding dafür Spacken? Ich weiß auch nicht. So. Oh, das ging jetzt richtig schnell. Jetzt haben wir auch zehnmal Holz schon. Das heißt, wir könnten jetzt rein theoretisch gesehen hier eigentlich mit dem Hammer. Wo ist der Hammer? Ein Lagerfeuer heimbauen. Sehr schön. So, hier. Ah, ich sollte mit dem Mühen rühren, bevor ich das mache. Okay, dann brechen wir das mit ab. So, Müllen, ich habe meine Axt. Achso, okay. Super, aber vergiss nicht das Gleichgewicht zwischen den Bäumen, die du pflanzt und den Bäumen, die du fällst, aufrecht zu erhalten. Ja, ist klar. Also, wenn ich zwei fälle, musste ich zwei wieder pflanzen. Hier, nimm ein paar extra Samen. Vielen Dank. Ich baue ein Lagerfeuer. So kannst du in kalten Nächten warm bleiben. Jetzt kannst du Material beschaffen. Mit dem Hammer brichst du Stein und mit der Axt erhältst du Holz. Das kriege ich hin. Boah, ein Lagerfeuer. Also, jetzt können wir hier mal gucken, wo ein Lagerfeuer ronkelt. Ich mache es doch jetzt hier. Hier, ich mache es hier. So. Es ist fertig. Ich sollte es anzünden. Ja, bin zu dran. Wow. Man kann die Hitze spüren. Es ist schön, am Feuer zu sitzen. Mit der Fackel kannst du Feuer transportieren. Okay. Aber sei vorsichtig. Feuer kann sehr zerstörerisch sein. Oh, Feuer ist gefährlich. Das werde ich nicht vergessen. Jetzt können wir auch Fackeln bauen. Erkunden wir den Planeten. Ich würde gerne sehen, ob es hier etwas Spannendes gibt. Auf dem Hügel ist ein Gebilde. Komm, ich zeige es dir. Neue Mission. Ja, okay. Jetzt müssen wir die mitnehmen. Auf das Gebilde. Also, zu dem Gebilde auf dem Hügel. Das ist wahrscheinlich das hier. Ausbessern. Was ist dieser? Achso, wir müssen da, wo der Pfeil der da war. Hier ist es. Moment mal. Punkt. Laut meinen Daten handelt es sich hierbei um einen alten Altar. Ein Kristallaltar. Wenn ich wieder im Basislager bin, suche ich nach weiteren Informationen. Schau mal, mein Anhänger. Entschuldigung. Mün. Mein Anhänger leuchtet anders. Monster. Macht sich bereit für einen Kampf. Neue Mission. Besiege die Monster. Wir müssen drei Monster besiegen. Wo sind sie? Feinde. Wo sind die schleimigen Viech das? Jetzt noch eine Minute. Da. Da ist was Blaues. Oh, hier ist... Was ist das? Achso. Nein. Wir wollen doch die Monster... Ah, geh doch mal da lang. Genau. Muss mal hier die Kamera kurz drehen. Wie soll noch hier irgendwo sein? Da. Da ist ein... Ein Viech. Wie kann ich ihn angreifen? Wie? Achso, mit X. Ne, mit... Was ist das? A. A. Mit A kann ich es angreifen. Ich habe einen Schleim gekriegt. Oh wei. Ich habe mich schadet. Wie gut. Die schießt da mit irgendwas. Das ist sehr schön. Ich natürlich nicht. Toll. Warum kann ich nicht schießen? Da. Schleim mir. Komm her. So. Uff. Das hast du gut gemacht. Vielleicht kann ich dich eines Tages mit auf anderen Abenteuern nehmen. Okay. Das wäre toll, Mün. Ich muss jetzt gehen. Es war mir ein Vergnügen, dich kennenzulernen. Danke für deinen Besuch. Kommst du wieder? Natürlich. Kümmere dich währenddessen um dein Land und verteidige es gegen die Monster. Das werde ich. Bluter Junge. Bis zum nächsten Mal. Marco. Tschüss. Tschüss. Willkommen. Es ist eine Nutzpflanze fertig. Das heißt. Ja, mein Bild. Die haut jetzt irgendwie wieder ab. Und wir haben jetzt hier irgendwo da noch ein Bild. Du hast ein neues Gebilde freigeschalten. Einen Brunnen. Wir können jetzt einen Brunnen bauen. Das habe ich da unten gar nicht gelesen. Wer einen Brunnen bauert, kann ich Regenwasser für trockene Tage aufbewahren. Das ist aber schön. Oh. Hier die Büsche sind fertig. Sammeln wir das mal ein. Wo war denn der andere? Da waren noch zwei. Das sind auf jeden Fall. Ah, die Pinions sind groß geworden und die Karotten sind fertig. Oder? Ja. Keine Karotten mehr haben. Oh. So viel. So oft muss man da ducken. Okay. So. Können wir jetzt hier wieder was ansehen. Karotten. Dann. Okay. Brunnen. Wir brauchen Brunnen. Das heißt. Wir bauen. Wir müssen erstmal gucken. Was brauche ich? Steine. Fünf Stück. Die kriegen wir. Fünf Steine. Und dann. Was für ein Glück. Ich habe Mineralien im Gestein gefunden. Das muss ich mir jetzt nicht jedes Mal sagen. Also es ist okay, wenn ich es einmal mitkriege. Aber. Nicht so oft. Vier. Vier. So. Fünf. Jetzt bauen wir hier einen Brunnen. Ich würde sagen. Hier so bei die Felder. Da wo hingehört. Dreimal Wasser. Wasser holen. Dafür braucht man einen Eimer. Den müssen wir wahrscheinlich erst bauen. Dachte ich mir es. Mit Holz. Das heißt wir bauen Holz. Ausbessern. Nein. Ich will es nicht ausbessern. Ich will sehen. Und zwar. Karotte. Eigentlich. Achso. Ich bin so erschöpft. Achso. Jetzt ist die blaue Leiste weg. Jetzt sind wir erschöpft. Jetzt müssen wir erstmal schlafen. Um wieder zu Kräften zu kommen. Was nehmen wir? Intelligenz oder Kraft? Kraft erhält die körperliche Angriffskraft. In der Grenze. Eigenschaft von Zaubertränken. Ich würde sagen. Wir nehmen A. Wir nehmen erstmal A. und da ist irgendjemand gekommen. Und will landen. Wer ist das denn? Ein neuer Besucher. Ich will mal ganz kurz hier die Pilze einsammeln. Und dann suchen wir mal für diesen neuen Besucher einen Landeplatz aus. Wir müssen das doch komisch. Hier. Hier kann der landen. Dann, äh, wer bist du? Hallo? Sprechen. Wer bist du? Hallo? Okay, ähm, schöner Planet. Hallo, wer bist du? Ja, das frage ich dir die ganze Zeit. Hallo, Mann. Ich bin Locke. Ein Zauberer, der mit Zaubertränken handelt. Sehr schön. Ein Zauberer? Ja, leider können Menschen Magie nicht direkt einsetzen. Also müssen wir uns mit der Essenz der Magie begnügen, die wir in Zaubertränken finden. Darauf spezialisiere ich mich und natürlich auf alte Bücher und Geschichten. Mir gefallen diese bunten Flaschen. Du darfst schauen, aber nichts anfassen. Es sei denn, du willst es kaufen. Ich habe kein Geld. Das macht nichts. Ich bin mir sicher, dass es viele interessante Dinge auf diesem Planeten gibt. Bring mir einfach alles, was du nicht brauchst. Schauen wir mal. Ich habe ein paar Sachen in meiner Tasche. Handle mit den Zauberer-Locke. Mal gucken, was wir hier verkaufen können. Können zum Beispiel vielleicht die hier erstmal verkaufen. Und, was ist das? Brot? Ich habe Brot in der Tasche. Wumpf. Ich habe hier noch gar nichts. Hier sind Fett gerade ein. Pilze. Hier, Fliegenpilze. Das ist wahrscheinlich ungesund. Ein guter Handel, Kleiner. Ich habe eine Aufgabe für dich. Oh, wie du siehst, liebe ich es, meinen Weltraumballon mit hübschen Stoffen zu dekorieren. Ich kaufe normalerweise neue Stoffnöste an jedem Ort, den ich besuche. Die Qualität des Stoffs hängt sehr von der Qualität der Verwendung, was Verwendung? Baumwolle ab. Ich schenke dir ein Gesamen und im Gegenzug hoffe ich, dass du mir ein Stück Qualitätsstoff liefern kannst. Bin ich mal gespannt. Oh, vielen Dank. Ich werde dich nicht enttäuschen, Herr Locke. Stoff. Klasse neues Rezept. Stellstoff her für Locke. Ja, mal gucken, ob die so viel Zeit hat, ne? Ähm, was wollte ich denn sehen? Baumwolle. Kann man hier auch noch was sehen? Achso, okay. Ach, das wird, okay. Es wird immer weiter angepflanzt. Das ist ja auch gut. Dass das dann weiterhin angepflanzt wird. So muss ich sehen. Wir brauchen noch mal ein paar Bäume. Dann muss ich die Bäume jetzt permanent um den See rumpflanzen? Kann ich nicht irgendwo? Ne, das geht nicht. Ich kann die nur hier irgendwie so um den See rumritzen. Naja, dann müssen wir das halt machen. Ich hoffe, die bewachsen sich da nicht irgendwie gegenseitig, weil das, also, dass das Fatsch wächst. Werfen Geräusche. Äh, wir können da wahrscheinlich... Ah, hier können wir auch was ansetzen. Und zwar Bären. Ach, und die beziehen sozusagen jetzt die Quelle vom Busch. Das heißt, wenn ich jetzt eigentlich hier... Ach, dann nimmt ihr die vom Brunnen. Das heißt, im Prinzip, wenn wir jetzt irgendwo noch im Brunnen hinstehen, könnte ich wahrscheinlich da auch Bäume einpflanzen. Da muss ich mal nochmal ein paar Steine besorgen. Was haben wir jetzt gefunden? Was für ein Glück. Achso, Mineralien im Gestein. Okay. Ich werde jetzt mal ganz kurz hier das so machen. Wir werden hier irgendwo im Brunnen noch hinsetzen. Und da werde ich nochmal ein paar Bäume ringsum pflanzen. So, wir brauchen dafür, glaube ich, fünf Steine und ein bisschen Holz. Holz ist halt momentan schwierig, weil die Bäume wachsen noch. Und haben, glaube ich, noch gar keine Pinien dran. Ich glaube, die wachsen noch in 30 Sekunden. Das wird noch ein bisschen dauern. Aber hier gibt es neue Bären. Ich habe, glaube ich, auch noch gar nichts gegessen. Was wollte ich denn auch mal machen? So, mal gucken. Okay. Da, da hängt was dran. Ja, hieb es auf. So, jetzt können wir hier den Baum wegmachen. Oh, wie die da aus der Erde placken da. Und schon sind sie draußen. Sehen wir mal neue, weil man braucht ja mal Holz. Holz ist ja wirklich wichtig, glaube ich. So, dann lassen wir das mal so. Jetzt muss ich mal gucken, wie viel haben wir denn Brunnen. Ah, okay. Wir können einen weiteren Brunnen bauen. Den baue ich jetzt mal hier hin. Und da versuche ich jetzt mal hier, Bäume rumzusehen. Ah, es funktioniert. Wir können um den Brunnen Bäume sehen. So, das heißt, wir können da wahrscheinlich auch noch andere Sachen, und säen. Und die kann man nur auf dem Feld sehen. Feld mit fruchtbaren Boden anbauen. Fruchtbaren Boden. Und die kann man überall ansehen. Okay. Dann mache ich die Bäume erstmal dahin. Und gucken mal, wie wir das da um den Serum machen. Ob ich da jetzt nur Büsche hinmache oder sowas. Das werden wir dann. Werden wir gucken später. Wie ich sagen. Hauen wir mal hier so ein Rollchen. Und dann müssen wir mal gucken, wir brauchen, um Wasser von A nach B zu bewegen. Das heißt, wahrscheinlich auch, um Sachen zu gießen, einen Eimer. Und für den Eimer brauchte ich folgende Utensilien. Ich bräuchte vier Holz. Ich weiß nicht, ob man da schon... Nutzwanzig. Irgendwo ist ja noch ein Nutzwanzig. Wie fertig ist. Wahrscheinlich die Karotten. Genau. So. Wer kommt da jetzt? Kommt noch einer? Wer ist das? Sehen wir dann der Karotten. Wir brauchen einen Landeplatz für den Hans. Wie geht das hier? So, ja. Praktisch. Genau. Vor der Nase. Was ist das denn? Was bist du denn? Ach, da drüben. Oh, was ist das? Hallo, wer bist du? Willkommen auf meinem Restaurantschiff. Ich bin Bram. Ein... Was? Ein... Wie du Koch? Sehr bekannt in dieser Galaxie. Ich reise von einem Planeten zum anderen. Immer auf der Suche nach den besten Zutaten. Möchtest du mein Küchenhelfer sein? Ne. Sehr gerne. Okay. Du wirst viel lernen. Bring mir die Zutaten, die ich brauche. Und ich werde dich unterrichten. Okay. Oh. Dieser kleine See ist wunderbar. Wer ist meiner? Fisch ist die Hauptzutat vieler meiner Gerichte. Ich kann dir immer frisch gefangenen Fisch liefern. Boah. Brrrr. Die Einstellung habe ich mir gewünscht. Schau, du kannst eine Anruhe wie diese hier herstellen. Sehr schön. Um Fisch zusammen. Ist das... Achso. Das ist der... Was man erzählt. Schliegen. Metall und Faden. Wie soll ich Metall und Faden herkriegen? Hammer 2. Werkstatt. Achso. Den muss ich bauen. Durch Holz und Stein. Okay. Demonsten muss ich erst die... Wahrscheinlich erst die Werkstatt bauen. Um... Äh... Ja, was ist, wenn hier eigentlich... Was für ein Glück? Ja, ich habe immer eine Ahnung. Die Frage ist, was ist, wenn hier jetzt alles an Steinen abgebaut ist? Habe ich da ein Problem? Wächst das nach? Oder... Oder wie läuft das? Ist hier... Ist es nach... Ich muss gleich mal schlafen. Fackel. Ich habe keine Fackel. Okay. Da kann ich die Fackel anziehen. Ich muss erst mal schlafen. So, Hammer. Ich würde sagen, nach diesem Tag beenden wir erst mal hier. Minus 4. Ich muss was essen. Äh... Stopp. Nein. 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 Ach, da oben steht, wie lange er noch da ist. Stopp. Da war es im Moment. Genau. So, und jetzt können wir... Ja, hat funktioniert. Also... Fein nach oben. Und dann hier. Sehr schön. Ähm... Ich glaube, er fliegt jetzt wieder weg. Ja. So, aber ich würde sagen, an der Stelle... Äh... Bro, machen wir erst mal Feierabend. Und dann, äh... Bro, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich habe da gerade irgendwas gekriegt. Und mit den Reihen. Wahrscheinlich, um dann damit... Kann man damit die... Ach, damit kann man auch die Angel bauen. Ja, okay. Also, ich würde trotzdem sagen, jetzt machen wir erst mal an der... Eherstelle Feierabend. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Und dann werden wir gucken, wie es in Folge 2, beziehungsweise in der... Zweiten Teil von dem Spiel dann weitergeht. Was wir alles noch so entdecken, erforschen und machen können. Ich bin gespannt. Es sind sehr schöne Spiele aus. Ein Spiel, wie gesagt, ist jetzt auf Steam auch für PC verfügbar. Und kostet, glaube ich, im Bereich so 12 Euro oder irgendwie sowas. Also, wenn ihr euch das angucken wollt und habt mal Bock auf so ein bisschen was ruhigeres, wo man farmt und levelt und so ein bisschen RPG-mäßig, dann könnt ihr euch das können, wenn ich dann nicht. So, und dann würde ich sagen, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.